So, hi jetzt kommt zu meinem zweiten Versuch zu Beginn dieser Review Ich mache ein Review zu den Vampire Diaries Staffeln 1 bis 4 Ich habe alle gesehen, die 1 ist schon länger her, weil ich jetzt die ganzen anderen Staffeln ja noch geguckt habe Ähm, vorweg, ich war jetzt ziemlich vorangenen gegenüber der Serie Ich fand die eigentlich nicht so gut am Anfang Wobei, das heißt, da ich angefangen habe, die Serie zu gucken, hat sich das dann so nach den ersten, zwei, drei Folgen in der Staffel 1 schon geändert Ähm, ja Was kriege ich zu dem allem nicht, Entschuldigung, zu der Serie allgemein sagen Ist relativ bekannt, wundert mich nicht, ist wirklich gut gemacht, also jetzt, wo ich die Staffel gesehen habe, finde ich sie wirklich gut Staffel 5,5 Regierungen werde ich zu bekommen Staffel 6, wenn es in der deutsche Sinkur gibt und auf dem Bode gibt, werde ich sie auch angucken, Regierungen und angucken Ist ja klar Ähm, vorweg gesagt Ich war wirklich überrascht, wie gut die Serie eigentlich ist Also, ich habe die Bücher nicht gelesen Allerdings, ähm, fand ich schon gut, was die Serie so beinhaltet Denn, also alles, was ein Fernseh-Roman ausmacht, hat diese Serie irgendwie Es hat Grammatik, es hat Spannung Okay, so mancher Cut am Ende von einer Folge oder einer Staffel finde ich schon wirklich echt mies gemacht Weil man einfach unschließlich darschätzt und muss dann noch ein Jahr oder so Schön, wir mal Kopfhörer absetzen, in der Weihnachtszeit, ja, schon beim Weihnachtszeit aufgehängt Auch mal aufgehängt, das ist krass, kurz an der Frage Ähm, ja, so mancher Schnitt ist wirklich, hm, ja, fragt würde ich sagen jetzt mal Weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ähm Jetzt habe ich die Staffel geguckt Und jetzt dachte ich mir, okay, wie geht es weiter? Ich habe zig Fantasien gehabt, ja aber in vielen Stellen war die Serie sehr voraussehbar also wenn ich mich daran erinnern kann ähm ja Bonnie liegt ohnmächtig auf dem Boden und plötzlich wacht sie auf und was ist? sie erfährt, dass sie tot ist das war so voraussehbar wenn sie da voraussehbar liegt in so schlechten Zauber das war glaube ich Staffel 4 das Ende, kurz vor Ende Staffel 4 oder ähm dass Elena Elena diese junge Dame hier würde niemals ihrem Onkel die Hand abhacken obwohl sie ihn gar nicht eingebüttelt also war es klar dass es Catherine sein musste war auch total voraussehbar aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern ich werde auch genug spoilern in dieser Review sagen jetzt kommen wir erstmal zu den Charaktere ähm diese junge Dame hier in der Mitte ist Elena Gilbe ähm ja ich hab euch noch ein Bild für den Stammbaum rausgesucht ich lass mich mal jetzt nicht ähm Elena Gilbe was kann man zu diesem Charakter sagen es ist eine wankende Persönlichkeit will ich mal sagen und zwar sie hat viele Charakterzüge aber eher ist sie immer so diejenige die sich selbst aufrufen wird um ihre Freunde zu retten aber ihre Freunde würden sie eher auf um sie zu retten das geht so die erste Staffel auf jeden Fall so in Staffel 2 muss ich zugeben wurde es schon ein bisschen langweiliger weil sich viele Züge sich einfach wiederholt haben aber unsere liebe Elena riskiert immer wieder ihren Hals diesen netten Hals diesen wunderschönen Hals mit dieser Kette drum ähm um einfach zu sagen ach komm ich weiß gar nicht was es ist aber es ist eher aus der Kiste schon ab die beiden sehen so gleich aus die fähre auch gleich warum ähm auf jeden Fall diese liebe Elena ähm sie tut wirklich viel sie riskiert ihr Leben sie versucht ihren eigenen Willen durchzusetzen und vor allem ist sie wankt zwischen Stefan Salvatore und Damon Salvatore Damon kommt etwas später in der ersten Staffel dazu so ich glaube ab Folge 5 oder so kommt er erst dazu ja was kann ich zu den beiden Jungs hier sagen Stefan fangen wir mal mit ihm an dem süßeren angeblich süßeren ich bin mir immer noch nicht sicher wer von beiden süßer aussieht ich meine ich kann nicht beurteilen ich bin Junge ähm können Damen oder auch die Jungs ich ruhe muss die Excel sind ja mal in die Kommentare schreiben wer von beiden sehr süßer finden oder die Jungs auch sehr blinder süß finden oder der Kerstin besser oder einer der späteren Charaktere den ich mir vorstellen werde äh Stefan Salvatore ist sozusagen der jüngere Bruder von Damon der ist 163 Jahre alt Stefan glaube ich und Damon ich glaube 114 oder 165 ich glaube ich war schon steinalt warum? beides sind Vampire beide haben wie man hier schön sehen kann da und da wo meine Maus ist ist ein Lied Tageslichtdrehen den haben sie von ihrer steinalten Ex würde ich jetzt mal sagen Kerstin bekommt die ungefähr genauso aussieht wie Elena also die beiden sind in manchen Stellen wirklich nicht zu unterscheiden wie gesagt mancher Klifffänger ist wirklich mies ähm vorweg gesagt erst liebt Elena Steffen dann so ab der zweiten Staffel entwickelt sie Gefühle für Damon aber ist immer noch verliebt mit Stephen und irgendwann verliebt sie sich an Damon wegen einem kleinen geilen Spoiler den ich jetzt nicht sagen werde ich sage nur so viel Ende Staffel 3 wird es spannend Beginn Staffel 4 ist es hammer spannend so viel vorweg gesagt warum können sich die meisten die Serie gesehen haben oder schon mal von gehört haben wahrscheinlich denken ähm wie gesagt das ist eine ziemlich komplizierte Beziehung ich habe die auch nicht so ganz verstanden irgendwie also ich habe es ja verstanden aber es hat eine Weile gedauert also das zu erklären das wäre jetzt a zu viel Spoiler und b würde ich dann zu viel auch verraten einfach okay das ist gleich wie Spoiler aber na gut ähm was kriegst du Damon sagen ja Damon ist am Anfang so der böse Charakter ja obwohl er Elena eigentlich genau am Anfang ist er so versucht er seinen kleinen Bruder Steffen aufzuziehen indem er Elena versucht zu bedrohen und zu verletzen aber irgendwann merkt er hey Elena ist gar nicht so schlimm weil er in der ersten Staffel will er immer nur Kästchen befreien aus einer Gruft soviel nehme ich euch vorweg tut mir leid für den Spoilers ähm vor Jahrhunderten kriegt ihr alles noch erklärt vor Jahrhunderten oder vor fast eine vor eineinhalb Jahrhunderten wurden alle Vampire von der Stadt in der er da spielt Mystic Falls in eine Gruft gesperrt abgebreitet die damalige Assistentin von Cashin die Hexe Emily Bonnet ne doch Emily Bonnet war es glaube ich ähm schützt die Gruft mit einem Zauber und alle Vampire drin vertrocknen als Gegenzug das was Damon Damon bittet Emily das erfährt man ja später das die Gruft zu verschließen und Emily fordert dafür von Damon dass er ihre Blutlinge schützt also die Bonnethexen ich werde jetzt nicht zu viel verraten auf jeden Fall es wird ein heißes Spiel um die Game und als Damon merkt dass Cashin nicht vorhanden ich sag's jetzt einfach mal weil ich will nicht so viel vorweg nehmen ähm verliebt er sich dann in Elena in der zweiten oder mit der Staffel etwa ähm soweit zu den drei mein nächstes Bild so jetzt ist schon ein Charakter der sehr viel später zukommt aber diese nette Caroline hier kleiner Tipp voraus es wird sich noch spannend um sie es kommt viel Mühe um sie noch äh ist die beste Freundin von Elena wenn das Elena ist dann sieht er glaube ich eher aus wie Cashin ich bin mir nicht sicher na ich glaube das ist Cashin ich bin mir nicht sicher ähm zu Rebecca sag ich vorab ähm mach ich gleich nochmal ein persönlichen Charakterbild weil ich diesen Charakter einfach sehr mag weil ich sie auch Bild gefunden habe ein gescheites Halleluja ähm die beiden kennen wir ja schon ähm fangen wir mal mit Caroline an Caroline ist das Schichtländer Highschool-Mädchen das versucht alles unter Kontrolle zu haben organisiert die Partys und wird sogar zu Miss Mystic als gewählt ich glaube das war Stoff 1 oder 2 ich bin mir nicht mehr sicher Leute tut mir leid also so auswendig kriegt die Serie dann auch wirklich nicht ähm vorweg Caroline entwickelt ihren Charakterzügen selber sehr stark weiter also es ist ein Charakter der sich wirklich sehr stark weiterentwickelt genauso wie Elena und die beiden Salvatore-Brüder also diese vier Charaktere da bin ich mir relativ sicher also da 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 warum kann man sich wohl denken wenn sie die Serie The Vampire Diaries heißt also kann man sich wohl denken ähm ich sag's so viel Caroline ist erst mit Matt zusammen dem der bis zu viel mit Elisabeth Staffel soweit ich weiß auf jeden Fall menschlich das bin ich mir sicher auch der fünften weiß ich nicht weil ich hab's noch nicht gesehen ähm Matt versucht auch war vorher mit Elena zusammen ich weiß nicht mehr ob ich auf jeden Fall ein Gruppenbild also Carol erst ist Elena mit Matt zusammen dann ist Caroline mit Matt zusammen gegen Ende ist Matt so zur Hälfte Ende der vierte Staffel dritte vierte Staffel ist Matt so zur Hälfte mit Rebecca zusammen weil Rebecca versucht irgendwie menschlich zu werden Gründe dafür hm so hat man die Serie lieber ansehen weil das zu erklären ist ein a zu großer Spoiler und b würde das zu lange dauern ähm auf jeden Fall Caroline und Elena ich weiß nicht, dass Elena ist wohlgemerkt ich bin mir da nicht sicher weiß ich was Rebecca also nicht Rebecca ähm ähm äh Catherine also Katrina Petrova ähm die sind auf jeden Fall beste Freundinnen seit klein auf als Caroline dann dieser schlimme Unfall nenn ich jetzt mal zustößt bricht die Bande ein bisschen aber dazu kommt es gleich vorweg gesagt ähm ich werde in diesem Video sehr viel Spoiler haben tut mir leid einer meiner Lieblingscharaktere und der leider stirbt in der Ende der Viertel was ich so kacke finde ich hoffe dass er an der 5. oder 6. wiederkommt weil es wäre einfach nur kacke wenn die jetzt wegbleiben würde ähm Bonnie Bennett die mächtige Benetral-Blutlinie ist eine Blutlinie von Hexen Spoiler vorweg ihre Mutter ist zwar eine Hexe wird aber später zum Vampir damit sie am Leben bleibt und damit sie geschützt wird und Elena geschützt wird was eigentlich der Eikisch-Gruppel ist aber ich will nicht so viel verraten Bonnie Bennett ist die wahrscheinlich coolste Hexe die ich je in einem Film gesehen in einer Film oder Serie gesehen habe ich habe wirklich sehr viele Filme gesehen mit sehr vielen Hexen aber Bonnie Bennett toppt alle am Anfang ist sie so ein schüchternes Mädchen an der Anfangsszene der ersten Staffel ähm werkt weiß sie noch gar nicht dass sie eine Hexe ist das kommt erst langsam in der ersten Staffel heraus ähm Bonnie muss wie viele aus der Serie tragische Verluste ertragen wirklich also wenn mir sowas im Real Life passieren würde ich würde ausflippen ich könnte nicht mehr ich wäre am Boden zerstört und was macht Bonnie die zieht es durch die zieht es durch also wirklich von der ersten bis zur vierten Ende der von Beginn der ersten Staffel bis Ende der vierten Staffel hat dieser Charakter wirklich durchgebissen er hat wirklich alles getan um seine Freundinnen und Freunde zu schützen aber auch um selbst geschützt zu sein um die Familie zu schützen was mir persönlich sehr wichtig war weil ich meine es gibt ja die Vorurteile Hexen Warze auf der Nase verschrubbeltes Gesicht ähm klar sie ist ein bisschen jung aber die Elternhexen die man findet die sehen auch nicht so aus zu Bonnie will ich nicht so viel verraten denn dieser Charakter entwickelt sich so stark weiter von der schwachen Persönlichkeit die sie am Anfang der ersten Staffel ist bis Ende zur vierten Staffel wird sie so stark okay Ende der vierten Staffel stirbt sie zwar aber bis dahin ist sie so stark sie hat so viele Verluste erlitten ja ich meine ich meine ich will jetzt nicht zu viel verraten auf jeden Fall stirbt wahrscheinlich mindestens 20% ihrer Familie stirbt ähm jede Menge von ihren Freunden sterben ähm das ist einfach Hammer vor allem ihr Freund stirbt wird durch sie dann wieder zurück ins Leben gerufen Ende der vierten Staffel ähm zu viel will ich nicht verraten ähm es ist einfach dieser Charakter der hat mich so berührt deswegen mache ich für den auch persönlich deswegen mache ich für den längeren Part ja es ist wirklich eine der Wunderhexen also sie ist zwar eine der mächtigsten also ich entstammte der mächtigsten Blutlinie der von Hexen die es aktuell in der Serie gibt anscheinend aber sie ist einfach nur der Wahnsinn wirklich tolles Charakterdesign wirklich die Charakterzüge von ihr sind so schwankend aber auch irgendwie ähnlich sie ähneln sich sehr stark die Beziehung zu ihren Freunden und Familie und auch als ihre beste Freundin Caroline zum okay jetzt habe ich verraten zum Papier wird erhasst sie sich zwar aber sie wird vereint sich wieder ich weiß welchen Weltstaffel das war sie arbeitet zusammen sie ist tapfer sie ist mutig sie sie nimmt die Herausforderung an die mit als Hexe kommt und da muss ich zugeben ruht ab vor der Darstellung ich weiß nicht genau wie sie hasst ich habe mich darüber nicht informiert Hut ab vor der Darstellerin von Bonnie Bennett was diese Mädchen durchgemacht hat da kann ich nur wirklich den Hut ziehen also Respekt das ist vor allem fabelhaft gespielt wunderbar in Szene gesetzt also Respekt sowas könnte ich nicht ja ich glaube einer der Charaktere der nächstrag die das tragische Ende von allen ist ich weiß nicht mehr wie sie hieß Gott wie hieß die wie hieß die Gott auf jeden Fall ist sie ein uralter Vampir aber mir fällt der Name gerade nicht ich glaube ich ich habe es eh mal ich habe das Bild rausgelegt aber ich habe immer ich kenne es doch da wusste ich den Namen auch noch Gott wie hieß die wie hieß die ich habe die DVD jetzt nicht da schau mal auf jeden Fall ich nicht Rebecca irgendwas mit er glaube ich war es oder so auf jeden Fall sie erleidet das tragische Ende deswegen habe ich sie auch in diese Review mit reingenommen ich weiß gerade ihren Namen nicht verzeiht Ullert ich weiß ihren Namen nicht mehr sie kommt zweiter oder dritte Staffel glaube ich taucht sie auf zusammen mit dem besten Freund der gleich von Elijah getötet wird Elijah habe ich glaube ich kein persönliches Review vorgeplant auf jeden Fall sie wird von einem Wehrwolf gebissen um Damon zu schützen auch in der gleiche Staffel noch und steht darauf an dem Wehrwolf bis was ich persönlich mit als tragisches Ende bezeichne Damon tut sie in einen Traum entführen wo sie sich an ihre alten Erinnerungen als Mensch erinnert und fällt sie dann ich weiß klingt jetzt eigentlich doof aber klingt eigentlich verböse von Damon aber er hat sie erlöst weil es war ihr letzter Wunsch erlöst zu werden und viel kann ich dem Charakter nicht sagen weil er einfach nicht so lange vorkam aber ich hätte mir echt gewünscht dass der Charakter wirklich länger da war weil es war wirklich schön ich habe zu manchen Charakteren kein Bild gefunden leider aber nur gut ähm ja Rebecca ich weiß nicht wie den Namen ich weiß nicht wie den Namen ich sage ganz komisch Rebecca kommt erst relativ spät in der Serie dazu ich glaube dritte Staffel oder so zweite, dritte Staffel äh Ende, zweite oder Anfang dritte Staffel glaube ich vorab gesagt ihr Bruder ihr Bruder entbolzt sie da sie ein Urvampir ist aber ich weiß ja gleich mal sehen werde ähm kann sie nur mit einem speziellen Dolch aus Silber geschmiedet und mit Weißasche überzogen getötet also betäubt werden sag ich mal und solange der Dolch in ihrer Brust steckt ähm ist sie wie gelähmt und kann sich nicht bewegen nichts machen erst wenn du dich draußen lässt ist es dauert eine Weile bis sie dann wieder weg will ähm ich will nicht zu viel verraten außer diesem kleinen Spoiler ähm sie wird ins Leben gerufen durch eine Hexe weil eine Hexe was von ihr braucht und das hat Elena also so viel vorab gesagt ich will nicht groß darauf eingehen auf ihren Charakter da ist einfach noch zu viel dran Stefan Salvatore ich glaube das ist der erste Charakter den man überhaupt in der Serie sieht glaube ich oder einer der ersten der Vampir der Stein alt ist verliebt sich in das junge Mädchen da hab ich mir gedacht komm schon das ist doch so häufig in der Serie ja ein süßer Junge Philippsian ein süßes Mädchen das ist so 0815 aber ich muss zugeben ich wurde vom Gegenteil überzeugt ich wurde wirklich vom Gegenteil überzeugt also so viele Vampirfilme und Serien und eigentlich was ich gesehen habe die hatten zwar alle so eine ähnliche Beginnstory aber keiner hat sich so entwickelt die Beziehung zwischen den beiden stärkt sich in der ersten Staffel zerbricht Mitte Ende der zweiten Staffel aber Ende der dritten Staffel geht er dann voll im Keller die Beziehung nur warum wie gesagt mein Name und jeder der sich schon mal ein bisschen sehr informiert hat der weiß warum deswegen für die ich es nicht getan habe will ich jetzt nicht vorweg nehmen ähm es ist wirklich spannend also ich will nicht so viel zu Damon sagen Damon na Quatsch nicht Damon sondern Stefan Entschuldigung ich verwechsel die Beinnummer Stefan dieser lehnerte junge Herr ist wirklich immer für Elena da hilft dir auf die Beine und ich hoffe das ja Elena Gilbert da sieht man schon ihr Grab der ist Grab ihrer Eltern es wird nicht das erste Grab ihrer Familie sein sondern das wird noch ganz großes Grab ähm Elena Gilbert der Hauptprogramm der Hauptprogramm ist Proga ja vergesst es Proga vergesst es kommt sofort ich glaube Figur in der Serie ja tragische Unfälle viele Tote wie gesagt wenn ich jetzt zu nah auf diese Operation eingehen würde dann würde ich einfach zu viel verraten ich sag nur so viel ihr Bruder macht eine starke Veränderung durch ihre Tante die ab Anfang der ersten Staffel das Säugrecht für sie erhält mehrere Eltern sterben wie man hier auf diesem Graph schon erkennen kann ob die er steht es vor aber hier sieht man es ähm ja sie erträgt innerhalb wirklich viel Schmerz viele Verluste also fast wie bei Bonnie Bennett ähm Respekt vor dieser jungen Darstellerin Respekt für diese Schauspielkunst also ich hab viele Theaterhänge gesehen aber das kommt nicht dran sorry also Respekt vor der Darstellerin das zog in 10 zu setzen Gott wie hat es mich geschmerzt als dieser Charakter starb ähm Alaric Swordsman der zweite Geschichtslehrer in der Serie Gott ich glaub da kommt beginn der zweiten Staffel findet sehr schön heraus dass Vampire in der Staffel sind ist eigentlich ein Vampirjäger am Anfang ähm am Ende wurde er dann zu einem Unterstützer der Vampire ähm ist Damiens bester Freund ähm wisst ihr als der gestorben ist da hab ich mir wirklich gedacht scheiß Gott wer hat diesen Schrott geschrieben das kann nicht wahr sein der coolste Charakter in der Serie stirbt das kann nicht wahr sein nein 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 das kann nicht wahr sein also wunderbar dieser Charakter der Darsteller hat sich so viel Mühe gegeben ich mein zur Vorgeschichte von Alaric kann man sagen er verliert seine Frau denkt sich ist tobt da sie für Damon ausgesagt wird allerdings hat Damon sie verwandelt so viel vorab seine Frau ähm ich weiß nicht mehr wie sich tut mir leid ich kann mir nicht jeden Namen aus der Serie merken ähm kommt wieder zurück als Vampir kommt etwas mal vor ähm zu ihrer Beziehung zu Alaric Schrott zu der Beziehung zu ihr Kehrstimmen will ich mir nichts verraten weil das wäre so ein großer Spoiler Alaric Soulsman was kann man zu diesem Charakter sagen ähm jeder der die Serie gesehen hat wird diesen Charakter wahrscheinlich lieben ich weiß nicht wer man diesen Charakter hassen kann er ist einfach göttlich ich hab wirklich sehr viele Monsterjäger gesehen aber Alaric Soulsman wunderbarer Charakter der design wirklich tolle Entwicklung ich kann diese Serie fast nur loben was mir da Alaric stört ist so ein bisschen ähm seine Schwankungen ich meine er wird mehrmals von Damon getötet ähm er verzeiht Damon wieder der macht so viel durch ja dann Jenna die Tante von Elena und Gott sei Dank Jeremy ist seine Freundin wird von Klaus geopfert zusammen mit einem Wehrwolf ich weiß nicht wann ich weiß nicht mit Jell Jack oder so tragischer Verlust Schmerz ohne Ende ja also als Gena starte ich wirklich gefällt dann ich will die Phase die mussten weinen da muss ich wirklich leicht meinen weil ich das einfach so scheiße fangen Alaric stirbt Ende der dritten Staffel oder mit oder vierten Staffel stirbt er kommt als Geist wieder kommt Ende der vierten Staffel nochmal wieder durch einen Zauber das wenn ich das verraten würde wäre es wirklich zu viel Spallast Leute ich würde es zu gern sagen aber das wäre einfach zu viel Spoiler Alaric Saltzman der Monsterjäger er wird des Mordes beschuldigt er wird wieder entlastet seine Freundin oh Gott wie hieß die Medizinerin ich weiß nicht Dr. Fell die hat auch einen Vornamen ich weiß nicht die Wörter Vornamen wird auch bekannt gegeben in der Serie aber ich weiß nicht wie sie hieß Dr. Fell rettet ihm das Leben mehrmals Gott das ist so das ist so verzückt Leute ich muss zum nächsten Bild aus welchem man sieht ja die allgemeine Charakterübersicht da sind auch die etwas unbekannteren Charaktere dabei wobei ich sehe gerade dass es eigentlich ihre Charaktere sind ähm also Damon Salvatore Elena Gilbert Stefan Salvatore ähm Caroline keine Ahnung wie sie es Jeremy Gilbert Alaric Saltzman Bonnie Bannon so ich will sie nochmal wirklich also er stirbt er stirbt sie stirbt die hinteren drei sterben Vampir 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 so fertig er wird zum Monsterjäger stirbt er ist Vampirjäger wird zum Vampir stirbt sie ist eine Hexe stirbt so kacke die geilsten Charaktere sterben ja Rebecca schon groß angekündigt hier sieht sie nochmal in schöneren Outfit äh nicht schöner aber egal ähm Rebecca wie gesagt relativ früh ist eine der ersten Geschwister von Klaus die da zukommt und er leidet wirklich viel Schmerz ich will nicht zu viel vorweg sehen deswegen ich erst im nächsten Bild ja hier wird es wahrscheinlich lang genug ja hier sieht man schon mal die Kerntruppe in die es hauptsächlich geht ich muss zugeben ihr Freund Caroline's Freund der kommt gleich hab ich gleich noch irgendwo auf den Weg drauf ob nicht ähm wird zu oft gejagt hier sieht man wirklich mal ich weiß nicht so wann das ist in der Serie auf jeden Fall relativ geht es schon ja die Herren der Reihe die beiden Salvatore Brüder ach Gott jetzt hab ich den Namen vergessen ähm Matt Donovan glaub ich was ähm der einzigste der einzigste bisher Ende der vierten Staffel von der ersten Abend Vampire er fährt als Spieler richtig spät erleidet einen tragischen Verlust seine Schwester Vicky wird zum Vampire und muss getötet werden da sie ihn verraschen kann tragischer Verlust von Matt ich hab wirklich riesen Respekt vor dem Kerl der spielen musste weil es ist wirklich schon traurig eigentlich also was der Kerl durchmacht der stirbt so oft also stirbt beinahe stirbt einmal wird von Stefan gerettet weil Elena ihn bittet Elena wird dadurch zum Vampir ok das hab ich schon wieder zu viel verraten ähm boah es ist schlimm es ist wirklich schlimm sein bester Freund Jeremy stirbt Tyler wird zum Hybriden damit doch gleich dann nichts Charakter sind also Respekt also wenn mir sowas im Reelach passieren würde ich werde so am Boden zerstört also wirklich Drama bei einem der zweiten Charakter den ich noch nicht vorgestellt habe Tyler Lockwood glaube ich war es er ist am Anfang ein Wirt er fährt von seinem Onkel ähm Mason hieß er glaube ähm Mason Lockwood ähm dass er einen Wehrwurf das Wehrwurf gehen hat er muss jemanden töten durch einen Unfall weil Klaus ihn glaube ich verwandelt also dafür sorgt ähm komm ich gleich noch ist ein Hauptprogrammisten zwischen der vierten Staffel also im zweiten oder die vierte Staffel ist einer der wichtigsten Zordattel ähm Tyler tötet jemanden aufversehen wird zum Wehrwolf Caroline behebt ihm bei den Verwandlungen doch als er dann zum Hybriden wird wird es immer schlimmer also und Tyler Respekt also wenn ich sowas machen müsste wie gesagt also bei manchen da Kriterien denke ich mir nur noch scheiße man Klaus der gefürchtete Urwampir und schrächt sich hybrid am Ende ja am Anfang der totale Bösewicht am Ende total lieb eigentlich wenn man es mal so kurz anfasst oh nein ich mach nicht kurz ich muss diesen Charakter einfach mehr definieren weil er einfach so geil designed ist Klaus am Anfang der Urwampir der zum Hybriden wird er tötet den coolen Wehrwolf Dame er tötet Elena beinah aber sie überlebt durch Bonnys Zauber ich glaube Ende der Zeiten Staffel oder so ähm und er tötet ähm Jenna die Tante von Jeremy und Elena er sieht nicht die ganze Zeit so aus denn er hat die ersten paar folgenden anderen Körper weil er seine Körper noch nie herstellen musste von seiner verbilderten Hexe oh mein Gott riesen am Anfang ist er so der Bösewicht aber am Ende verliebt er sich in Caroline und Ende der vierten Staffel macht er ihm auch ein ganz macht er ihr auch ein ganzes Geschenk er geht mit ihr auf Bälle er versucht sie zu werben allerdings liebt sie ja Tyler und am Ende der vierten Staffel das will ich jetzt vorweg sagen weil es einfach so herzerwärmt ist damit ihr schon mal Taschentücher rauslegen könnt ähm er schenkt er schenkt ähm Tyler die Freiheit er darf wieder nach dem Mystic Fall zurückkehren weil er jagt ihn weil er versucht hat seine Hybriden einen Aufschlag zu zetteln und ihn zu töten er hat sich die Hybriden riesen ich will jetzt nicht zu viel verraten zu ihm ich sag nur klasse Charakterdesign wirklich tolle Entwicklung und Hut ab vor dem Schauspiel also was der für Szenen darstellen musste Respekt ein Gesamtübersicht einer meiner Lieblings-Ur-Vampire Elijah das ist geil also dieser junge Mann hier dieser nette in dem Einzug Respekt vor diesem Darspieler der Mubert hat sowas von die Ruhe Respekt der Verhältnis Kerberlein vorgestellt Matt vorgestellt Rebecca vorgestellt Elijah der Höfische und einer der ersten die wiederkehren einen Bruder von Imiah vom Klaus er ist so ein fabelhaft gespielter Charakter also möglich bei dem weiß man nie was er vorhat er ist zwar nicht böse aber er ist einfach gut er ist einfach herzenswoher für so die alten Tugenden wie Ehre und so zu bewahren oder seinen Brüdern die Daniel den Imiah also wirklich Respekt von der Chef von Elijah wo der ruhig bleiben musste der Respekt das hat er vorgestellt er hat er vorgestellt über ihn weiß ich nach er ist einer der Brüder von Klaus auch ein U-Bampir er obfass sich auf für seine Freundin die kommt ein die kommen glaube ich zwei, drei Folgen vor in der zweiten oder dritten Staffel dritte Staffel glaube ich ähm nach ganz kurz ich weiß gar nicht der kommt gar nicht so häufig vor ähm auf jeden Fall Respekt vor ihm gut gespielt vor allem leider ist er nicht so ausführlich beschrieben der Name wird alles gesagt aber ich hab's vergessen tut mir leid ach Gott wie hieß die Frau wie hieß die Mutter von Tyler Lockwood wie hieß die ähm der heißt auch Lockwood sie wird am Ende wird die Bürgermeisterin nachdem ihr Mann stirbt der das Wehrhof gegen ihn hat aber nicht zum Wehrhof wird ähm sie wird von Klaus ermordet soviel verrate ich euch schonmal und sie versucht wirklich für Tyler da zu sein also Respekt Meisterleistern er hier ist der böse Bruder von Klaus der unbedingt Rache auswählt weil Jeremy ihn tötet viel dazu werde ich nicht verraten weil es einfach zu viel Spoiler wäre Klaus Respekt Meisterleistern er kommt übrigens noch mal zurück Komi Serklau Kohlmannsgott hier hat man die Generalübersicht über die Stammbäume ich versuche jetzt mal zu vergrößern so fangen wir mal oben an also der Ur-Ampir-Vater und die Urhexe Zeugen Elijah Finn Cole, Rebecca wer ist das denn bitte kenn ich gar nicht weiß ich gar nicht Klaus ist Abstammung von Werwulfen Unbekannt Abstammung dann haben wir hier die Lockwood ähm Ur-Lockwood daraus kommen Mason und Richard Raymond oder Richard Lourke Techno aus dem Ausricht er heiratet Case oder so wir kann ich herzlich lesen und aus dem Bein entsteht Tyler Lockwood er ist für Werwulf wird durch Klaus zum Hybriden das ist ein Werwulf hier Klaus wird zum Hybriden nachdem er die beiden tötet ich weiß nicht ähm ich weiß nicht wo der Werwulf ist der da drauf gekommen ähm auf jeden Fall Ruby oder Rebecca oder so hieß die glaube ich irgendwie sowas genau das ist nämlich die Vampire die ich vorhin gezeigt habe den Namen ich nicht mehr wusste oder ist das nicht nee das ist Jenna das ist Jenna einer der besten Designcharaktere wirklich Hochleistung auf Theaterkonsten ähm der Vampir Stammbaum Caswin Petroffer verwandelt Damon Damon verwandelt Caroline ähm und Caswin verwandelt auch noch Stephen ähm Damon er verwandelt Elena oder Elena oder so wie Elena ähm Elsa irgendwie sowas sie hier und Vicky Donovan Vicky stirbt relativ früh er war die Frau also Don Gilbert war die Frau von der Mann von ihr und aus denen ihrer Beziehung ist Elena entstanden so dann haben wir noch vorab jetzt gehen wir wieder hier die Urhexe Alain Alain der kann so ganz komischen Namen weiß noch mal wie die es gibt ähm aus ihr kommt Emily Bonnet aus ihr kommt ähm Grant ich weiß nicht mehr genau wie sie hieß kann ich lesen ähm jetzt da kommt aus ihr ihre Tochter ist die Mutter von Bonnie ähm Eva oder was allerdings wird sie von Damon verwandelt um Elena zu schützen damit äh Moment hoch diese nette ähm Elisa Elie Alain oder irgendwas mit E und Y irgendwie so E kam dann vor am Anfang und irgendwann der Kampf Y Elisa Elisa irgendwie sowas ähm damit sie Finn opfert damit ihre alle Geschwister sterben er hier wird nur kurz vorgestellt weil es da noch hat auch noch das Menschen-Symbol er ist bleibt Mensch er stirbt relativ früh er kommt ganz nett in der Regel vor nur in Bekratzen deswegen verbandelt Damon Mutter von Bonnie er erinnert und damit ist sie Bonnie blut nicht unterbrochen damit sie nicht mehr die Geschwister töten kann damit alle am Leben bleiben denn wie man sieht Klaus Verwandlungsbaum bla 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 werden alle tot so noch Teil aller tot fertig vorhanden stört wird komplett blutlieblich von ihm ausgelöst als alle die Erwanderung der Erwanderung und so weiter und so weiter so weit zu den verzwickten Beziehungen sagen wir mal so ich bin mit von der Stiftung aus dem Erkennen können aber in aller Sicht der wichtigste Artikel das Doktor Fell wird geist so genau beschrieben wenn ich euch überlege auf jeden Fall tragisch Ende von mir sie stirbt glaube ich nicht aber sie ist auch nicht wirklich dabei andere Charaktere habe ich vorgestellt hier seht ihr sie nochmal ein bisschen besser und damit war es das für meine Review von den Staffeln nein das war es noch nicht ich habe mir keine Spannung erzählt spannend ist es ja es baut sich die Spannung immer mehr über die Staffeln auf also es ist faktisch nur noch ein Bogen nach oben manchmal bleibt es kurz für zwei, drei, zwei Folgen zu einem bis drei Folgen stehen die Spannung und geht dann wieder hoch also es ist wirklich Meisterleistung an Drehkunst ich weiß auch warum die Serie so gemocht wird ich bin kein Fan der Serie aber ich mag sie bock mich sehr also jeder der jetzt denkt ach ich hab Bock zu machen mal über Pirie Serie anzusehen wäre bei der Live-Staffel 1 bis 4 auf jeden Fall kann man sich ansehen ist wirklich gut gemacht ich bin sehr zufrieden mit dieser Serie also ich freue mich für die sechste Staffel als Cinco rauskommt die Deutsche ich freue mich riesig auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zusehen erstmal vielen Dank an die Macher der Serie Respekt vor den Schauspielern Hut ab was mich ein bisschen stört dass so viele Charaktere die ich jetzt nicht angesprochen habe gar nicht näher detailliert werden deswegen hab ich es noch nicht angesprochen weil ich gar nicht so was ich herausfinden konnte weil ich gar nicht so was ich herausfinden konnte weil ich gar nicht so was ich mich an den Erinnerung konnte so Charaktere wie die Mentoren von Tyler Lockwood die kommt auch gar nicht auch vor die kommt in zwei, drei Folgen vor oder in vier und dann stirbt sie einfach oder die Rudel oder so die werden gar nicht beschrieben das hätte ich mir gewünscht werden sie besser machen können man hätte aus der Serie viel mehr machen können man hätte sie viel länger die Staffel machen können weil sie so tätig jetzt machen würde das finde ich doof dass es nicht gemacht hat das hoffe ich das in der 6. oder 7. oder was auch immer noch kommen wird ähm verbessern weil die Serie hat so Potenzial dass ich immer ich sehe in allen Sachen Potenzial mit da ist ich hoffe dass es ein bisschen besser wird dass die 5 und 6 Staffel besser sind als die ersten vier denn viele Fehler wurden in der ersten bis jetzt Staffel gemacht okay in der vierten Staffel wurden die meisten Staffeln Fehler auf der ersten drei Staffeln behoben aber ich finde Leute das ist wirklich gut gemachte Serie aber es fehlt so viel man hätte es so detailliert machen können das ist einfach nicht so gut das passt einfach nicht ja ähm zum Beispiel so manche Szenen da ist einfach zu wenig da ist zu wenig Inhalt drin ja ich meine immer wieder schaucht man den Erinnerungen auf von den Darstellern bevorzugterweise von den Mapieren ähm ja das ist einfach so fade da wird nichts erklärt ich meine klar es hilft das Verständnis ein bisschen besser zu machen und ja es füllt auch ein bisschen Zeit auf aber was ich hoffe dass sie beheben ist dass die Folgen wirklich 45 Minuten vorneweg lang sind und nicht nur manche 30 oder 20 weil das habe ich gemerkt beim BVD-Stischhauen so die letzten vier, fünf da sind bis vier und fünf die waren nur noch zwei oder eine Stunde lang und das fand ich einfach so kacke das finde ich so ätzend Leute das ist einfach so mies so richtig sehr mies ja Ende der Staffel gehen die Ideen aus da fällt die Länge der Folge ab und das ist ein großer großer Kritikpunkt in meinen Augen weil es anstatt dass man da sagt okay wir tun nochmal irgendwas aus der Vergangenheit aufkochen und erklären es genauer macht einfach Ende der Folge oder Ende der Staffel ja klar wie es sein muss die Staffeln sind gut geendet mit Spannung und mit Neugier dass man immer weiterguckt ja aber so manche Folgen cut also ineinandergreifende Handlungen gar nicht erklärt finde ich meiner Meinung nach und da muss ich zugehen ich gehe einfach mal die Bilder wieder durchgegriffen ein bisschen welche Seite ich bin einfach ja das die Stadt die Serie ist gut gemacht ja sie hat so recht gute gute Bewertungen bekommen weil Charaktere wie sie hier ich hab schon wieder hin und vergessen Charaktere wie sie hier die kommt kurz vor die werden nicht mal erklärt klar sie erklären lernen kurz ihre Geschichte aber das war's Charaktere wie Rebecca oder so die nicht ganz so oft vorkommen aber trotzdem vorkommen die sind da das kann ich sagen ich war schon bei Lerick Faustmann ist genial gemacht wird genial perfekt wie ich sagen sie schwanken die Katerie schwanken hin und her die Welt ist einfach genial gestaltet ich meine die Hintergrund die Kulissen sind genial gestaltet schöne Kulissen schöne Kostüme aber so manche Szenen hatte ich auch noch Leute zum Beispiel es gibt eine Szene da wird einer Frau von zwei Vampiren in die Kehle gebissen ich weiß nicht mehr welche wer es war da läuft das Blut wirklich ganz gerade runter am Hals oben am Hals an der Kehle kann ich euch zeigen hier oben an der Kehle läuft es dann vier Striche gerade runter obwohl es hier an die Seite reingebissen wird ja das sind so Sachen das sind so Details Leute da dachte ich mir auch noch oh Gott ihr macht so eine geile Serie hier und dann versaut es euch die Bewertung durch so kleine Details oh ich meine klar wenn man nicht auf sowas achtet oder die Kamera nicht genau drauf gehalten wird so wie in dem Fall da hat er nicht mehr als Kommer weil so es von Frontbild sich ja und das war die Seitenreinbeißen auch zu schweigen ich schreibe ich denke ich bin in einem Video hier ist ein ausjahr der Dankführer von Video so das war mein Geld in der Zeit der Videofahrt hat ich sage ich noch mal statt egal weiter geht um ansonsten ja es ist wirklich auch wenn es mal hier wie es aussieht die Kulissen die Lichten abständig die erhalten und es ist kein Bock mehr hat dies wie zu machen weil man das gestört hat mach ich essen bis dahin Leute macht's gut, ciao!